Hört mal auf zu hupen jetzt. Warum schießt du auf den Witzern? Eins. Ey, Leute, Leute. Nochmal, eins. Zwei. Drei. Das war wieder ein Durcheinander, Leute. Leute. Hört mal auf zu hupen. Eins. Eins. Nein, nicht da hinten, Leute. Eins. Ach, das machen wir noch mal. Komm, Leute. Das kriegt ihr doch hin, oder? Nummer eins hupt. Zwei. Drei. Drei. Was ist denn jetzt los? So, wir haben hier einen Fehler unter uns. Oder nicht? Okay. Gerade noch kein Fehler. War das hier jetzt was, oder nicht? So, nochmal. Stell dich da hinten, CFN. Schnelle. Steig in dein Auto. Wir hatten das ja. Nochmal. Eins. Ne, nicht alle hupen. Dennis, nicht hupen. Eins. Zwei. Drei. Nochmal. Eins. Nicht durchhupen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Noch einmal. Das war gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Eins. Und jetzt. Das war gut. Noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Drei. Noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Äh. Hallo. Da stoppt immer jemand. Das kann ich angehen. Okay. Noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Okay. Jetzt dieses andere Hupen. Die Nummer eins. Jetzt kannst du mit den Hupen loslegen. Du weißt, was ich meine. Okay. Der beste, du, die beste Hupe gewinnt. Nummer drei jetzt. Nummer vier. Nummer fünf. Nummer fünf. Nummer sechs. Nummer sieben. Nummer acht. Nummer acht. Nummer acht kann gerade nicht. Nummer neun. Nummer zehn. Er ist auch gerade beschäftigt. Nummer elf. Nummer zwölf. Nummer dreizehn. Kann auch nicht. Nummer vierzehn. Kann auch nicht. Nummer fünfzehn. Okay. Nochmal hier der Wichser. Okay. Der hat nicht so eine Hupe vielleicht. So geht das, Leute. Hört mir mal zu. So läuft das. Alle auf drei machen das. Eins, zwei, drei. Alle. 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 Okay, das reicht. Das war cool. Das war cool. Das machen wir nochmal mit den anderen Lied. Nummer eins. Zwei. Ne, halt. Eins. zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, fünf, sechs, fünf, fünf, vier, vier, drei, zwei, zwei, eins. Super, dankeschön. Dankeschön. Das reicht. Jetzt fahren wir alle zum Flughafen. Spielen ein nächstes Spiel jetzt. Naja, das war kein Spiel. Ja, das wäre so ein kleines Hubkonzert. Ja, wo muss ich hin? Das ist immer die Frage. Ich muss leider markieren. Für meine lieben Zuschauer. Hier unten ist es. Das wisst ihr aber schon. So, auf geht's. Fahrt vorsichtig, langsam. Nicht aggressiv fahren. Ich war ja schon hier aggressiv. Ja, da muss sie lang. Die Sicht ist nicht gerade blöd. So. Dann spielen wir so ein kleines Spiel. Zwei fahren immer miteinander. Ein Rennen. Der Schnellste gewinnt. Und der kommt in der nächsten Runde. Aber erstmal müssen wir alle zum Flughafen. Dass wir das Spiel spielen. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Die anderen auch schon. Ah, ich bin wieder der Lammst... Lammste hier. Ah, nein. Es geht nicht beides auf einmal. Reden und fahren. Aber das hat jetzt lange genug gedauert mit der Vorbereitung. Schreibt jetzt in den Kommentaren, wie ihr das Hubkonzert fandet. Was man noch für Lieder machen kann. Das war so ein kleines Vorspiel erstmal von das, was noch kommt. Das war ein Konzert mit zwei Liedern. Aber okay, ja. Ah, jetzt machen wir erstmal was Lustiges. Naja, eher ein kleines Rennen. Wer das... Turnier gewinnt. Ah, ich muss hier runter. Okay. Na, ein kleines Stück noch. Bin ich da. Okay. Hoppala. So, hier rein. Und... So, wo war das jetzt? Hier auf der Seite. Oh, mit Regen heute. Nicht gut. Ein entspannter Wagen hab ich. Einen entspannten Wagen. So, Maden. Wo war das denn jetzt? Wo war der... Erstarrt. Irgendwo, wo das rote Dings war. Genau hier. Ach, hier irgendwo, ne? Oder da. Wo war das denn jetzt? Oder auf der anderen Seite hier. Einen weiter. Genau, hier war das. Ah, da ist er schon. Hier war das... Ah, da, hier ist der Startpunkt. So. Dann stellt euch hier alle hin. Nicht hier vorne, wo der Startpunkt ist. Dahinter. Ich sag die Namen auf. Wie alles dran ist. Ähm, ja, seid nicht beleidigt, Leute. Nur weil es regnet. Und eure Klamotten werden nass. Wir sind hier nicht auf einer Hochzeit.